Liebst du das Leben? Dann verschwende nicht die Zeit. Denn das ist der Stoff, aus dem das Leben gemacht ist. Zeit ist Geld. Wenn die Hälfte unserer Wünsche erfüllt wäre, würden unsere Sorgen verdoppelt sein. Wer Freiheiten aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit. Ich sage über niemanden etwas Schlechtes und über jeden alles Gute, das ich über ihn weiß. Willst du den Wert des Geldes erkennen, versuche dir welches zu borgen. Seit der Erfindung der Kochkunst essen die Menschen doppelt so viel wie die Natur verlangt. Ein großer Mann ist ein kleiner Mann, der etwas als erster tut. Es gibt zwei Wege, um glücklich zu werden. Wir müssen entweder unsere Wünsche reduzieren oder unsere Mittel vergrößern. Beide sind gleich geeignet. Das Resultat ist jeweils dasselbe. Jedermann muss sich selbst entscheiden und das tun, was ihm leichter fällt. Es gab noch nie einen guten Krieg oder einen schlechten Frieden. Eine Chance zu sehen, ist keine Kunst. Die Kunst ist, eine Chance als erster zu sehen. Eine Katze in Handschuhen fängt keine Mäuse. Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. Eine Stunde konzentrierter Arbeit hilft mehr, deine Lebensfreude anzufachen, deine Schwermut zu überwinden und dein Schiff wieder flott zu machen, als ein Monat dumpfen Brütens. Danke fürs Zuschauen! Danke fürs Zuschauen! Untertitelung des ZDF, 2020